Daniel Neuhold aus Liboch. Sie werden es gleich sehen, ein sehr ehrlicher und sensibler Polizist. Eine gewisse Ausbildung hat man als Polizist schon, dass man die Gefühle so weit, sag ich mal, in Grenzen haltet, bei diversen schwierigen Amtshandlungen. Eigentlich kann man so etwas sagen. Ich bin einfach, weil ich den Song, den ich gesungen habe, sehr stark mit meiner Familie verbunden habe. Ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre alt. Ich habe durch die Musik erfahren, dass sie mir weiterhilft, von Freude bis emotional. Es beinhaltet einfach alles und es ist wunderschön zu musizieren. Hallo. Hallo Daniel, du bist der Daniel, oder? Ja. Wir haben uns einmal bitte unterschrieben. Es ist ein Unbekannter der Ermittlungen, aber nicht wirklich noch derzeit zuordnen, beziehungsweise hat sich noch keiner wirklich richtig geoutet dazu. Ich wünsche dir viel Glück, viel Spaß, da geht's weiter. Danke. Ja. Es singt Gregor Meier. Ich würde gerne sagen. Es ist ein Unbekannter der Ermittlungen. Ich würde gerne sagen. Ich würde gerne sagen. Ich würde gerne sagen. Ich würde gerne sagen. Und gut zu dir sein und du stehst Du brauchst niemanden, der dir sagt, worum es geht Du brauchst niemanden, der dir zeigt, wie leicht man lebt Du brauchst niemanden, der dir sagt, worum es geht Du bist niemanden, der verliert und untergeht Es gibt niemanden, der dein Leben für dich lebt Für dich lebt Oh-oh-oh-oh-oh Oh, so viel Gefühl auch in dem Song und deine Geschichte, das war sehr bewegend. Ich weiß, du singst ja eigentlich erst seit drei Jahren vor Publikum. Ja, das ist richtig. Ich habe die Farbe gewünscht für dich. Wir haben jetzt ja schon einige Kandidaten gesehen heute und letzte Woche und dafür war es für mich im Vergleich wirklich einfach zu wenig für das Halbfinale. Ich finde es aber trotzdem total stark, dass du dich hier auf so eine Riesenbühne stellst und hier so ein Wechsling der Song überragende Wahl und Gebotschaft. Und ja, danke, dass du dabei warst und einfach weitermachen. Ich sage Dankeschön. Alles Gute. Danke. Vielleicht war die Konkurrenz, höre ich da jetzt raus, heute ein bisschen sehr stark. Da sind auch schon einige Starttickets vergeben worden. Das ist es dann vielleicht. Aber ich kann dir nur eines sagen, Daniel, also für mich bist du jetzt der Herr Inspektor. Ja, komme, was wolle. Und wenn ich von jemandem ein Strafmandat kassieren möchte, dann von dir. Außerdem, dein Bub ist sowieso stolz auf dich. Ja, voll. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt ganz kurz ausholen darf, also wirklich die Staffel, jetzt so wie sie da ist, bis jetzt einmalig, also auch jetzt da meine Mitkonkurrenten, wie gesagt, so viel starke Leute. Sie sind so toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie du gesagt hast, mein Sohn ist sicher stolz auf mich, die ganze Familie. Wie gesagt, vor drei Jahren habe ich noch nicht einmal gewusst, dass ich singen kann. Ich glaube nichts zu verlieren, ich mache weiter. Ja, ein Sohn ist das Geier, Antina. Daniel, dafür bist du wirklich schon sehr weit gekommen, muss man sagen. Applaus für dich. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank, dass du unsere Sendung bereichert hast. Danke vielmals. Das war's. Danke. Danke dir. Ich klatsche, ich klatsche. Ja.